Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer gesagt, wenn ich in der Bundesliga wechsle, dann wird es Wolfsburg. Und es wurde Wolfsburg. Warum auch immer, es war so ein Gefühl. Ich glaube auf jeden Fall meine Geschwindigkeit und die Dynamik, dass ich immer versuche, die Tiefe zu suchen. Ja, ich glaube, wenn wir schon auch den Ballbesitz Fußball haben und dann uns die Räume freispielen und die dann in der Tiefe bespielen und dann so ein Tor, was schön von hinten nach vorne rausgespielt ist, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Ja, so eine schöne Gemeinschaft, dass man einfach Spaß hat. Ich glaube, dass man sich einfach freut, jeden Tag ins Training zu gehen und ja, Freude am Fußball entwickelt. Ja, also gut, Lena kannte ich natürlich schon vorher. Mit der bin ich natürlich, oder was heißt natürlich, mit der bin ich hierher gewechselt. Ansonsten von der Nationalmannschaft kannte man natürlich auch schon die ein oder andere. Das hat einem den Einstieg auf jeden Fall deutlich erleichtert. Es war super angenehm, hier anzukommen. Na ja, persönlich möchte ich meine Leistung bringen und mich weiterentwickeln. Und ich habe jetzt noch nicht in meiner Karriere so viele Titel gewonnen, deswegen sage ich nichts gegen den einen oder anderen Titel. eins, um da zu funktionieren. udschrauben hier Major toutes. Im Au wollte Polizei in ganz jets zu schrauben vielleicht bis weiter nach Anymacht durch. Vielen Dank.